Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Universe Mode bei unserem Staffiverse. Und wir sind bei Raw. Unterkämpft Baron Corbin gegen Finn Balor. Das gewinnt Baron Corbin. Dann Callisto und Drew McIntyre gegen Fandango und Tyler Breeze. Gewinnt Callisto und Drew McIntyre. Dann Elias gegen Mojo Wally. Gewinnt Elias. Nia Jax gegen Alicia Fox. Gewinnt Nia Jax. Die Ascension gegen Zequiler und Big Show. Gewinnt The Others of Pain. Bronze Norman gegen Bobby Lashley. Gewinnt Bobby Lashley. Und Amber Moon gegen Sasha Banks mit Patrick dabei. Gewinnt Amber Moon. Und dann sind wir bei Smackdown angelangt. Da trifft Shinsuke Nakamura auf Atruf. Das gewinnt Shinsuke Nakamura. Hat einen neuen Feind. Atruf. Und Atruf hat das Shinsuke Nakamura. Mustafa Ali gegen Ty Dillinger. Kein Ergebnis. Andrade gegen Sheldon Benjamin. Gewinnt Andrade. Charlotte Flair gegen Maryse. Gewinnt Maryse. Rusev und Anne English gegen Daniel Bryan und Kane. Okay, ich hab Kane eigentlich rausgemacht, aber okay. Ist ja wurscht. Gewinnt Daniel Bryan und Kane. Dann The Bar gegen die Usos. Gewinnt The Bar. Und John Cena gegen Samoa Joe. Auch kein Ergebnis. Und dann sind wir beim Main Event. Da trifft Tommaso Jumper auf Velveteen Dream. Das gewinnt Tommaso Jumper. Alistair Black gegen EC3. Gewinnt Alistair Black. Pete Dunn gegen Kevin. Gewinnt Kevin. Ricochet gegen The Crusher. Gewinnt The Crusher. The Total Package gegen Leiyaki. Gewinnt The Total Package. Und da sind wir jetzt bei NXT angelangt. Und im ersten Match trifft Kulturek auf The Total Package. Das gewinnt The Total Package. Dann Velveteen Dream gegen Johnny Gargano. Gewinnt Velveteen Dream. Dann The Crusher gegen Joseph Aguilar. Gewinnt The Crusher. Shane Thorne gegen Mexican Sensation. Gewinnt Mexican Sensation. Tommaso Jumper gegen Lars Sullivan. Gewinnt Tommaso Jumper. Und dann haben wir das zweite Match von Best of Three. Kevin gegen Lewis. Das ist jetzt ein False Count Anywhere Match. Das erste Match hat der Lewis gewonnen. Und ja. Schauen wir mal, ob Kevin ausgleichen kann. Und ja. Dann werden wir schauen. Los geht es. So. Und dann kann das Match starten. Und ja. Lewis. Gleich mal mit dem Dropkick. Und ja. Äh. Faults kommt. Oh. Wartet mal kurz. Ich muss kurz was ändern. Ich bin gleich fertig. Ich bin gleich fertig. Ich bin gleich fertig. So, jetzt bin ich wieder da, ja, weil sonst nervt das oben links da, wenn da jedes Mal so Benachrichtigungen kommen, wollen wir ja nicht, und ja, ich würde sagen, fangen wir, machen wir weiter, so, oh, dann Dragon Suplex von Kevin jetzt an Louis, und ja, es ist ein Force Count Anywhere Match, also das heißt, man kann überall gepinnt werden, und ja, das erste Match hat ja Louis gewonnen, das war ein normales Einzelmatch, das jetzt hier ein Force Count Anywhere, Match, ein schöner Suplex jetzt von Kevin an Louis, und ja, wenn Kevin jetzt hier ausgleichen kann, gibt es dann nächste Woche ein Steel Cage Match zwischen den beiden, und, oh, hier sieht man ein STO von Kevin, so, Cover von Kevin, eins, ah, reicht doch nicht, oh, roll up, Eins, zwei, boah, Und ich sage euch heute Abend, im letzten Match, gibt es einen Schmankerl, das kann man, nein, reicht doch nicht, Ah, nee, wird gekonnt, das von Louis, das sieht ganz komisch aus, immer, so, er hebt ihn hoch, und, wow, schöner Move von Louis, So, jetzt, in die Ringecke, oh, die ist wieder so hart, dass danach gleich noch der Backbreaker kommt, von Louis, oh, jetzt hat er den Kopf zwischen seinen Beinen, aber Kevin kommt raus, ah, wieder der Konter von Louis, und wieder der Dropkick, von Louis an Kevin, oh, Salina de Solgenstars, jawohl, und das Cover, eins, zwei, nein, nicht mal bis zwei, ja, Kevin hat noch nicht so viel einstecken müssen, so, Louis ist jetzt auf dem obersten Ringseil, und da kommt das Flash, und die geht durch, und das Cover gleich hinterher, eins, zwei, oh, war das knapp, zweieinhalb, 2,6, kam Kevin nochmal raus, so, Whippen wieder in die Ringecke von Louis, er kommt angerannt, oh, nein, Kevin kann sich wegdrehen, und jetzt gibt es den Schlag von Kevin an Louis, Whippen in die Ringseile, und ein schöner Kick, dann noch hinterher, jetzt geht Kevin aufs oberste Ringseil, na, er zeigt an, stehe auf, und er zeigt einen, ja, mit dem Elbow, gesprungen, ja, also mit den Elbowen, auf dem Kopf gelandet, so, Louis ist jetzt am Mattenrand, und, da gibt es den Scholarblock von Kevin, Louis ist jetzt draußen, Kevin geht jetzt hinterher, und da gibt es, die Powerbomb auf dem Mattenrand, und das Cover, eins, zwei, und da raus, und jetzt Boston, ich weiß gar nicht, ich muss, wenn er abklopft, zieht das draußen, ne, nur Fortkont, eine mehr, er kommt frei, Louis, äh, nur, nur, pin, glaube ich, ist draußen erlaubt, aufgeben jetzt nicht, und, oh, DDT von Louis, an Kevin, und das Cover, eins, zwei, drei, ich sag mal, 2-0 für Louis, keine Chance, Kevin, oh, hier, der schöne Splash von Louis, die Powerbomb draußen, hier ist dein Winner, der irresistible force, T-Rex, Louis, so, und dann haben wir einen richtig, äh, schönen, äh, Schmankerl als Hauptkampf, und zwar, Champion gegen Champion, Davut gegen Steffo, im Hintergrund, Lejaki bei Davut, und bei mir, Mike und Chandler Wimsen, und, ja, ich würde sagen, wir starten mal in das Match rein, und schauen mal, welcher Champion hier, ne, äh, siegt, schauen wir mal, so, und dann kann das Match starten, der Champion gegen Champion, und Steffo läuft erst mal gegen eine Wand an, und so, dann nimmt ihn, dauert jetzt einfach mal so, schön hoch, und lässt ihn da mal fallen, oh, ja, Steffo sieht bis jetzt noch kein Stich gegen Davut, so, jetzt vielleicht, zünder ihn hoch, und wirft ihn über seine Schultern hinweg, den großen, dicken Davut, Ah, er lässt ihn weiter unten am Boden, ist vielleicht eine kluge Sache, jetzt gibt's den Snap, von Steffo und Davut, und als Cover, eins, das reicht noch nicht, jetzt gibt's den Schlag in die Fresse, dann gibt's einen, nein, gibt's keinen Backbreaker, er kann Davut kontern, mit seinem Knie ins Gesicht, so, er nimmt ihn jetzt hoch, oh, und wirft ihn im Ring, umher, aber jetzt gibt's wieder ein bisschen, Schultermassagen, Ah, Steffo kommt frei, kann sich befreien, okay, jetzt war jetzt, so, wir püren in die Regenseite von Davut, oh, dann gibt's einen Big Boot, hinterher, ah, jetzt gibt's den Konter, mitten da, Kloster mit der Klosterin von Steffo, und ein schönen Suplex, Ah, da Juw mit der Champion von Nordamerican Titel, so Klosterin jetzt, und ein Backbody Drop, und das Bybuster, und da, gibt's den STO, geht auch durch, und ja, jetzt lässt er sich von der Jacke ablenken, der Steffo, das nutzt, äh, Davut aus, oh, da gibt's ein Schallendohrfeige, oh, oh, und da gibt's den Berg, aus dem Nichts, aus dem Nichts, und Steffo muss abgucken, oh man, ja, Davut hat gewonnen, das Match, hier sieht man noch den STO, und dann der Konter von Davut, in den Berg, hier ist der Winner, Unbreakable, Ah, ja, Davut und Lerke sind ja in dem 8-Mann-Elimination-Tag-Match mit dabei, so, dann gucken wir uns noch die News an, und ich weiß noch nicht, ob ich heute noch TSC mitdrehe, Mexican Sensation besiegte seinen Gegner und reizte Shane Thorne so sehr, dass dieser ihn von hinten angriffen, und er feierte, der Sieger sah den Angriff kommen, und nutzte ihn zu einem, einem eigenen Konter, was den Verlierer weiter blamierte, nachdem er ihn aus dem Ring geworfen hatte, Alice the Black, okay, interessiert uns nicht, Blue ist jetzt auf 2, Lerke auf 3 abgestiegen, Gala abgestiegen, Pietane zu 5, Total Packed hoch, Kevin runter, Mexican Sensation hoch, und, Shane Thorne runter, ja, gehen wir mal zur nächsten Show, aber ich glaube, das werde ich heute hier nicht mehr mitdrehen, das werden wir dann beim nächsten Mal sehen, und ja, dann würde ich sagen, war es das jetzt für heute, wenn das Video euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder, bis dahin sage ich, bleibt dran, bis dann, euer Steffo, ciao, 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 Vielen Dank.